Hallo, ich bin's wieder, dein Willi von Fahrfit24. Heute zeige ich dir, wie wichtig Schutzbleche an einem Fahrrad sind, denn so will keiner an seinem Ziel ankommen. Bei Fahrfit24 bieten wir dir eine große Auswahl an Schutzblechen. Wir haben Steckschutzbleche in 29 Zoll und 27,5 Zoll und Schutzbleche mit Streben, die fest am Fahrrad verschraubt werden können. Bei den Mountainbikes werden üblicherweise Steckschutzbleche verbaut. In diesem Video zeige ich dir, wie du diese ganz leicht an deinem Mountainbike anbringen kannst. Für die Montage des vorderen Schutzbleches baue ich zuerst die Befestigung der Schiebeeinheit für die Schutzbleche zusammen und befestige diese im Anschluss am Steuerrahr. Zu guter Letzt wird das Steckschutzblech dann nur noch aufgesteckt. So, nun ist nur noch das hintere Schutzblech an der Reihe und dann kann es schon losgehen. Durch Öffnen des seitlichen Hebels kannst du das Band an den Durchmesser deiner Sattelstütze anpassen. Nun legst du die Schlaufe nur noch um die Sattelstütze und klippst das System fest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, so gib uns doch deinen Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Willi von Fafet24. Ach und übrigens, der Rücken ist jetzt sauber.